Gute und kurzen Disclaimer vorab. Das folgende Video ist ein neues Projekt. Das bedeutet, es ist momentan noch in der Mache, Work in Progress, noch nicht fertig. Und sowohl Intro als auch Name, als auch Titel, als auch Style können sich noch sehr, sehr, sehr stark ändern. Ich wollte euch das Video aber jetzt nicht vorenthalten, wollte ein bisschen euer Feedback, eure Meinung dazu hören. Und vor allem, da ich jetzt ein bisschen krank bin, hat es jetzt leider nicht so hingehauen mit Patchnotes und Leakstarter-Video. Das wollte ich jetzt alles noch ein bisschen, eben alles da reinpacken. Also, mich würde es sehr freuen. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wie ihr das Video findet, was ihr noch für Ideen habt oder was ich noch anders machen könnte. Und wir starten mit dem Video. Let's go! Just, 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 just in, just in time, 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 just in time. POE aktuell. Die News für echte Gamer. Gute und willkommen zu POE aktuell. Das Leakstart-Wochenende ist nun vorbei und wir konnten nun einige Erfahrungen und erste Eindrücke sammeln, wie das Leakstart-Wochenende bei anderen Leuten so lief. Und wie ist die Liga? Grandios. Geilste Liga seit, seit lang. Wirklich. Einfach der Hammer, die Liga. Wir haben die das hingekriegt, ey. Richtig insane. Richtig krass. Schlechteste Liga ever. Again and again. Oh no, macht mir doch nicht so eine Angst. Zusätzlich dazu gab es den einen oder anderen Bug, wodurch man zum Beispiel vier Socke-Schilde oder aber auch sechs Links von Wendern kaufen konnte. Five Link. What the fuck? What the fuck? Yo, okay. Drauf geschissen. Drauf geschissen, Five Link. Sowas von drauf geschissen. Ich nehme einfach ein Six Link für eine Transmutation. Kommen wir aber nun zu Sanktum. Einige Spieler waren durchaus von den Abläufen und Funktionen der Liga-Mechanik verwirrt. Hier nun einige wissenswerte Informationen, dass das Spielen erleichtert. In Akt 2 und in Akt 7 gibt es eine Quest, die ihr abschließen müsst, damit ihr Relikte und auch die Pekte benutzen könnt im weiteren Spielverlauf. Relikte können ausschließlich vor einem Sanktum Run angeschaut, verändert oder bearbeitet werden. Einige Zonen kann man einfach durchlaufen und man muss keinem Monster töten. Achtet also hierbei darauf, was das Ziel der gewissen Zone in Sanktum ist. Kommen wir nun zu Uniques. Viele der Uniques, vor allem ja Jules, wie in der letzten Episode schon erwähnt, wurden überarbeitet. Die Drop-Locations zum Beispiel für Primordial Jules ist nun bekannt. Diese erhält man in der Mine und zwar in den Cities aus Prehistoric Jeweled Kisten. Das Rezept für Combat Focus wurde auch schon herausgefunden. Dazu benötigt man einen Elemental Hit mit Level 1, 20 Quality und zwei zusätzliche Elementarringe, zum Beispiel einen Ruby und einen Sapphire Ring. Diese beiden ausgewählten Elementarringe beeinflussen dann das Outcome des Combat Focus. Bei Maven wurde bereits ein neues Unique gefunden, und zwar Echo Forge. Dieses reiht sich in die Reihe der Schwerter ein, wie zum Beispiel Star Forge und Void Forge. Auch bei dem Sanktum Endboss wurde schon ein neues Unique gefunden und geteasert. Kommen wir nun zu den Builds der Woche. Wie wir über das Fliegstart-Wochenende feststellen konnten, sind in Sanktum Liga die Builds wieder sehr eindeutig. Wir haben einen großen Spieleranteil von knappen 11%, die die Seismic Trap Saboteur Builds spielen. Und dicht gefolgt davon sind die Explosive Arrow Elementalisten, gefolgt von den neuen Wahl-Venom-Geiern. Und dann kommen die Standard-Builds wie zum Beispiel Riches Fire, Vortex oder auch Spark Inquisitor. Und zum Abschluss schalten wir noch kurz in die Twitch-Szene und schauen, was es da Neues gab. Wurde ich gerade gewoneshottet? Der Aurora, ja. Glaube ich, der ist scheiß. Ich würde ja sagen... Vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Gudo und bis zum nächsten Mal.